Tierkunde in der Schule. Die Lehrerin fragt, was ist ein Steinbutt? Fritzchen meldet sich. Na, das ist ein sehr flacher Fisch. Und weißt du auch, warum er so flach ist? Na, weil er Sex mit einem Wal hatte. Die Lehrerin ist entsetzt und schleppt Fritzchen zum Direktor. Dort verteidigt sich der Kleine und sagt, die Lehrerin stellt immer so provozierende Fragen. Sie hätte doch auch fragen können, wieso der Frosch so große Augen hat. Ach, und warum hat der Frosch so große Augen? Weil er zugeguckt hat. Die Lehrerin in der Schule hat ein neues System entwickelt, wie sie die Schüler dazu bringt, übers Wochenende etwas zu lernen. Freitag, letzte Stunde. Liebe Schüler, wer mir am Montag eine von mir gestellte Frage beantworten kann, bekommt zwei Tage frei. Die Kinder büffeln das ganze Wochenende hindurch. Montag, erste Stunde. Nun, meine Frage, wie viele Bäume stehen im Schwarzwald? Betretenes Schweigen. Niemand weiß es. Freitags darauf, letzte Stunde. Liebe Schüler, wer mir am Montag eine von mir gestellte Frage beantworten kann, bekommt zwei Tage frei. Alle lernen, nur nicht Fritzchen. Er nimmt zwei Hühnereier aus dem Eisschrank, klebt sie künstlerisch zusammen, bemalt sie schwarz, nimmt sie montags mit zur Schule und legt sie aufs Lehrerpult. Die Lehrerin betritt die Klasse. Die Lehrerin betritt die Klasse, ihr Blick fällt sofort auf das Lehrerpult. Nanu, wer ist denn der Künstler mit den zwei schwarzen Eiern? Fritzchen antwortet. Sammy Davis Junior. Tschüss, bis Mittwoch. Die Lehrerin schrieb in Fritzchens Heft, lieber Papa, ihr Sohn hat in der Klasse eine Maus auf den Boden gemalt, was mich sehr erschreckt hat. Ich werde ihm nur eine Zwei für sein Verhalten geben. Die Antwort des Vaters. Lieber Lehrerin, geben Sie dem Kind eine Drei. Zu Hause hat er eine Muschi auf den Herd gemalt und ich hab mir die Eier verbrannt und Opa hat sich die Zunge verbrannt. Im Matheunterricht fragt die Lehrerin den kleinen Fritzchen. Fritzchen, drei Tauben sitzen auf einer Mauer, eine fliegt weg. Wie viele Tauben sitzen denn dann noch auf der Mauer? Keine mehr, Frau Lehrerin, weil wenn die eine wegfliegt, erschrecken die beiden anderen und fliegen auch davon. Nun, das war zwar nicht das, was ich hören wollte, aber ich mag deine Art zu denken. Daraufhin fragt Fritzchen. Frau Lehrerin, drei Frauen sitzen auf einer Parkbank, die eine beißt ihr Eis, die andere schlingt es und die dritte leckt es voller Genuss. Welche davon ist verheiratet? Die Lehrerin überlegt und antwortet. Die, die das Eis leckt? Nein, die mit dem Ehering, aber ich mag ihre Art zu denken. Sagt die Lehrerin zu Fritzchen. Deine Extraaufgabe ist es zu wissen, wie dein Vater durch den Zweiten Weltkrieg gekommen ist und wie deine Mutter Fliegen tötet und wie lange dein Bruder für seine Hausaufgaben braucht und wie lange deine Schwester ungefähr noch leben wird. Fragt Fritzchen seinen Vater. Papa, wie bist du durch den Zweiten Weltkrieg gekommen? Mit meinem Maschinengewehr. Fragt Fritzchen seine Mutter. Mama, wie tötest du Fliegen? Mit der Fliegenklatsche. Fragt Fritzchen seinen Bruder. Brudi, wie lange brauchst du für die Hausaufgaben? So zehn Minuten. Fragt Fritzchen seine Schwester. Schwesti, wie lange wirst du ungefähr noch leben? Noch so 45 Jahre. Am nächsten Tag in der Schule fragt die Lehrerin Fritzchen. Wie ist dein Vater durch den Zweiten Weltkrieg gekommen? Mit der Fliegenklatsche. Und wie tötet deine Mutter Fliegen? Mit einem Maschinengewehr. Und wie lange braucht dein Bruder für die Hausaufgaben? So 85 Jahre. Und wie lange wird deine Schwester ungefähr noch leben? So zehn Minuten. Ein Mathelehrer will seine Klasse auf die Schippe nehmen, also stellt er eine Frage. Also Kinder, wenn dieser Raum sechs Meter lang und vier Meter breit ist, die Wände weiß sind, ich eine gestreifte Hose trage und es 11.30 Uhr ist, wie alt bin ich dann? Die Kinder sitzen fassungslos da und nach einer Weile meldet sich Fritzchen. Sie sind 40 Jahre alt. Der Lehrer ist erstaunt. Ich bin wirklich so alt, wie kommst du denn darauf, Fritzchen? Nun, ich habe einen 20-jährigen Bruder und der ist nur halb so dumm wie sie. Fritzchen geht mit seiner Oma spazieren, da sieht er ein Bonbon. Die Oma sagt, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Dann sieht er einen Euro. Da sagt die Oma, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Sie gehen weiter. Da rutscht die Oma auf einer Bananenschale aus und fällt hin. Sie sagt zu Fritzchen, Hilf mir auf, Fritzchen. Da sagt Fritzchen, Was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Der Lehrer zu Fritzchen. Du Fritzchen, wer von euch hat gestern von meinem Apfelbaum Äpfel geklaut? Herr Lehrer, ich kann hier in der letzten Bank nichts verstehen. Das wollen wir doch einmal sehen. Komm sofort nach vorn und setz dich auf meinen Platz. Und dann stellst du mir eine Frage. Sie tauschen die Plätze. Da fragt Fritzchen, Herr Lehrer, wer hat gestern mit meiner Schwester geschlafen? Fritzchen, du hast recht. Hier hinten versteht man wirklich nichts. Fragt der Lehrerin die Kinder. Nun sagt mal Kinder, welche Dinge sind denn die schnellsten? Unser Auto. Ein Schnellzug. Eine Rakete. Ein Gedanke. Ich kann in Gedanken nach Amerika gehen. Nichts ist schneller als ein Gedanke. Der Lehrerin will das Kind für die kluge Antwort loben. Da meldet sich Fritzchen. Gedanke. Larifari. Mein Vater ist schneller. Als ich gestern Abend an der Schlafzimmertür gehorcht habe, höre ich ihn zu meiner Mutter sagen. Jetzt bin ich aber schneller gekommen, als ich gedacht habe. Fritzchen kommt nach Hause und erzählt, dass die Lehrerin ihm heute eine Frage gestellt hat, auf die nur er in der ganzen Klasse die richtige Antwort wusste. Du bist sehr gut, sagt seine Mutter. Ja, er ist mein Sohn, sagt sein Vater stolz. Sag mir, mein Sohn, was hat dich der Lehrer gefragt? Wer hat das Fenster kaputt gemacht? Die Lehrerin schimpft mit den Kindern. Es gibt 20 Dummköpfe in der Klasse. 21, sagt Fritzchen frech und zeigt auf die Lehrerin. Raus aus dem Klassenzimmer, brüllt die Lehrerin. Fritzchen geht raus, schreit aber von der Tür aus zurück. Jetzt hat die Lehrerin also doch recht. Die Mutter von Fritzchen will einkaufen gehen. Sie ruft. Fritzchen, schau doch bitte mal im Badezimmer nach. Wie viel Zahnpasta noch in der Tube ist? Eine Weile ist es ruhig. Dann ruft Fritzchen. Sie reicht genau von der Badewanne bis zum Wohnzimmerschrank. Der Lehrer kommt in die Klasse und fragt. Wer glaubt, dass er dumm ist, steht auf. Nach einiger Zeit steht Fritzchen, der Klassenbeste, auf. Der Lehrer ist ganz verwundert und fragt, warum er aufgestanden ist. Da antwortet Fritzchen. Ich konnte es nicht ertragen, sie als einzigen stehen zu sehen. Die Mutter fragt den gelangweilten Fritzchen. Mein Junge, warum gehst du nicht mit Thomas auf den Spielplatz? Oh Mama, möchtest du mit einem Kind spielen, das schimpft, stiehlt und gemein zu anderen Kindern ist? Nein. Siehst du Thomas auch nicht? Fritzchen kommt von der Schule nach Hause. Er sagt zu ihrer Mutter Mutti, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Nun, mein Junge, was ist die gute Nachricht? Die Schule ist niedergebrannt. Oh mein Gott, und was ist die schlechte Nachricht? Dass die Lehrer es auch geschafft haben, rauszukommen. Eine Lehrerin sagt in der Klasse, Wer morgen weiß, wo die Babys herkommen, darf früher nach Hause. Fritzchen fragt zu Hause seine Oma, die ihm erklärt, Babys kommen aus dem Apfelbaum. Am nächsten Morgen steckt sich Fritzchen einen Apfel in die Hosentasche. Auf die Frage der Lehrerin fasst er in die Tasche und fragt, Soll ich ihn rausholen? Nein, aber du darfst gehen. Fritzchen und Thomas diskutieren darüber, welcher Vater der feigste von ihnen ist. Thomas sagt, Mein Papa ist so ängstlich, dass er sich unter dem Bett versteckt, wenn es blitzt. Fritzchen sagt, Mein Vater ist so ein Feigling, dass er immer bei der Nachbarin schläft, wenn meine Mutter Nachtschicht hat. Bleib bei mir und schau dir ein weiteres lustiges Witzvideo an. Welches Video soll das nächste sein?